Ich kann welche hören. Oh Scheiße. Mann. Er ist dir drüben. Ja komm her. Er ist tot. Ok da ist noch einer so ein Gott. Gute Schuss. Haben wir hier was liegen? Nein. Dann gehen wir mal weiter hier. Ich hab jetzt nur noch neun Kugel. Hier können wir durch. Liegt hier was? Verbandkassen oder was war das jetzt? Wand. Ah ok. Ok. Und noch mehr Soldaten. Mann, Mann, Mann. Wie soll ich hier nur durch? Wir sind halt 1, 2, 3, 4. Da sind noch viele hier draußen. Wann sollen die da vorbeikommen? Sie sehen uns noch nicht. Gehen wir außen rum. Wie sieht's aus? Es sind zu viele Tests. Oh Mann. Oh Mist. Sie sind hier bei uns. Ich werde mal versuchen von hinten zu umringen. Oh shit. Jawoll. Scheiße. 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 Ich werde mich da aufs Kussいた. Ich werde mich da umringen. Bei mir. Oh Mann. Ah, Mann, verdammt Oh, shit Nur noch eine Kugel, doch Das ist ein A-Pone Das ist ein A-Pone Das ist ein A-Pone Oh, das ist ein A-Pone Ah, das ist ein A-Pone Ja, sieht gut aus Bleib hier Wenigstens regnet es hier nicht Wie sieht es aus? Liegt irgendwas? Nur Müll Hier müssten wir durchpassen Ja, das sing ich auch Oh, noch mehr Soldaten Ja, korrekt Bleib im Dunkeln Okay Ah, hier haben wir noch ein paar Werkzeuge Ah, hier ist noch ein Schrank Was haben wir hier? Gar nichts Dankeschön Ich kann hier was bauen Messer Hm, nee Ich hab zwei Stück, hab drei schon Des Wir landen durch das Rohr Ich glaube, wir kommen hier durch Bleib dich dran, Ali Okay Warte, warte Gut Daniel, die ruft uns zurück Zurück zum Wald Ihr habt's gehört Aufladen, los jetzt, na los Weiter Okay, sie sind weg So Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies Was dann? Marleen, sie Sie sagte, sie Hätten dort eine Quarantänezone Mit Ärzten, die immer noch ein Heimmittel suchen Ja, kommt uns bekannt, Frau Hotess Und das Das, was mit mir passiert ist Der Schlüssel zu einem Impfstoff ist Oh, Himmel Das hat sie gesagt Das hat sie gesagt Oh, bestimmt hat sie das Hey, verdammt, Mann Ich wollte das hier nicht Ich auch nicht Tess, was zur Hölle machen wir hier? Ist wenn's stimmt Ich glaub's an Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft Bringen wir's zu Ende Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe Ich verstehe Hier Wenn wir durchs Zentrum gehen, sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus Hoffentlich Ich schau sie Meine Güte So sehen die Häuser also von daem aus Die sind so groß Wir sind ja voll am Arsch. Was ist hier passiert? Unsere Reiche und die Quarantäne-Zonen wurden heftig bombardiert. Man war so mobile, infizierte, gemütlich kriegen. Hat geklappt. Wenn wir hier irgendwas liegen. Brief oder Munition. Ne, hier liegt auch nichts. Gehen wir weiter. Bleib hier oben. Ne. Äh, was hat das jetzt? Tess, hörst du das? Ja, klang aber als wär's weit weg. Mist. Äh, sind wir sicher? Vorerst. Ja, das ist ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen. Tief. Da drüben ist das Rathaus. Ja. Wir müssen da irgendwie durch. Das hier soll das Stadtzentrum sein? Was? Wir müssen das machen. Hier drüben. Hast du da was gefunden? Nein. Such weiter. Bleib du einfach in ihrer Nähe. Hey, Tess. Komm her. Okay, hier liegt eine Leiche. Er wurde zerfetzt. Ja. Die Leiche ist noch frisch. Ist das schlecht? Ja, vielleicht. Trödeln wir nicht rum. Oh oh. Oh oh. Müssen wir jetzt richtig aufpassen. Wahrscheinlich ist hier irgendein Zombie. Noch eine Leiche. Noch eine Leiche. Google. Da liegt noch ein Brief. Feldeinsatz. Protokoll. M. 254e. 18. Achter. Angekommen. Punkt 2438a. Negative. Kontakt bei LZ. BWG. Patrouille nach Westen Richtung Zentrum. 21 Uhr. Negative. Kontakt. 22 Uhr 18. Scheiß negative Kontakt. 23 Uhr 12. Soldat.